Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Passe, da rast du hier? Ganz schnell sind wir! Wir sind fertig! Wir können alle sehen! Oh, gleich kommen wir! Oh, so groß ist der Tunnel! Sehen wir es? Oh! Das sind noch andere Typen! Ja, so ein paar Feuer! Was kommt denn? Oh, das ist vom Grundsland! Stimmt, vom Totenkopf! Das ist Hauptbahnhof! Nee, Lehrer! Lehrer! Fünftiger Name! Oh, das ist ein Schraubel! Das habe ich auch so richtig! Aber natürlich! Aber natürlich! Das ist ein Schraubel! Oh, es ist dunkel! Es ist schneller! Das ist ein Schraubel! Das ist ein Schraubel! Das ist ein Schraubel! Das ist ein Schraubel! Das ist Passe! Die nächste Lange! Hi! Hi! Hey! Hey! Hobe! 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 Ich bin schon lange gefahren. Was redet ihr beide? Ob das Hopi oder Ruppi heißt? Nicht Hopi, nur Ruppi. Die Malte hat alles falsch gesagt. Das ist der Dialekt. Das ist das gleiche. Ich Ruppi. Ich Ruppi. Wir haben es früher gestritten. Es hat Mulch oder Melch. Wie viele? Das schmeckt mal eine Mulch. Du möchtest immer eine Mulch. Da gibt es immer eine Mulch. Zur Straßenbahn. Die sind immer noch zu Blas. Kennst du? Komm, Biere. Kennst du noch ein Stück? Nein, komm Biere. So, wir müssen raus. Tschüss. Tschüss, das war's ja schön mit euch. Ach so, das riecht gar nicht aus hier, ja? So, das war's ja schön mit euch. Wir sind schon. So, das war's ja schön mit euch. So, das war's ja schön mit euch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020